Wenn ich als Partner, Partnerin das Gefühl habe, es steht ein sehr schwieriges Thema im Raum, es ist schon fast greifbar, aber es fällt mir schwer, es anzusprechen, dann kann helfen in der Situation, dass man sagt, hör mal, ich habe ein Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde. Vielleicht ist es für dich auch wichtig, vielleicht ist es aber auch für dich ganz unwichtig. Ich möchte es mal kurz ansprechen. Wir müssen das jetzt nicht stundenlang auswalzen, aber ich würde gerne kurz mit dir darüber reden. Und dann dieses Thema kurz umreißen, worum es geht. Es kann sein, dass die betroffene Person dann sagt, bin ich froh, dass du das einmal ansprichst, das liegt mir schon so lange auf der Leber und ich habe mich nicht getraut. Es kann aber auch sein, dass die betroffene Frau sagt, das geht im Moment gar nicht, das kann ich nicht zulassen, das ist so schwer für mich, da möchte ich nicht einmal hindenken. Und dann ist es auch okay zu sagen, gut, ich habe das Thema hier jetzt mal angesprochen. Wir müssen es nicht in der Sekunde lösen, wir müssen es nicht in der Sekunde behandeln, aber ich würde gerne ein zweites Mal darauf zurückkommen. Vielleicht gibst du mir ein Signal, wenn es für dich besser passt, ansonsten werde ich es noch mal ansprechen, wenn es für dich okay ist. Es wird ihnen im Lauf ihrer Behandlung immer wieder passieren, dass schwierige Themen auftreten und es kann auch immer wieder passieren, dass die betroffene Person darüber nicht sprechen will, möglicherweise noch nicht sprechen will. Dann macht es auch Sinn, dieses Nein zuzulassen, zu sagen, okay, für mich ist es ein Thema, aber für dich geht es im Moment noch nicht. Was würde dir denn helfen? Sollen wir das zu zweit besprechen? Sollen wir es verschieben? Hättest du gerne, dass dein behandelndes Team dabei ist? Hättest du gerne, dass die Psychoonkologin dabei ist und uns hilft? Hättest du gerne, dass wir die Krebshilfe aufsuchen zu dem Thema oder eine Freundin oder Freunde dabei sind? Unter welchen Bedingungen würde das für dich möglicherweise gehen? Denk mal in Ruhe darüber nach. Ich werde wieder nachfragen. Es muss nicht in der Sekunde sein, aber schau mal, mir wäre es ein wichtiges Thema. Nachher in Ruhe darüber nachfragen. Vielen Dank.